Der Gewandhauschor ist ein semiprofessioneller gemischtstimmiger Chor, der als philharmonischer Chor des Gewandhausorchesters vom Leipziger Gewandhaus unterhalten wird und zu den führenden Chören seiner Art gehört. Er wirkt bei vokalsymphonischen Konzerten des Gewandhausorchesters mit, tritt mit eigenen A-Capella-Programmen auf und konzertiert mit anderen renommierten Ensembles. Der Gewandhauschor ist Mitglied im Verband Deutscher Konzertchöre. Konzerttätigkeit In jeder Spielzeit absolviert der Chor etwa 15 bis 20 verschiedene Konzerte, größtenteils im Gewandhaus, aber auch an anderen Veranstaltungsorten wie dem Völkerschlachtdenkmal oder dem Bildermuseum sowie außerhalb Leipzigs. Die dramaturgische Gestaltung der Chorkonzerte ist dabei zumeist in einen größeren thematischen oder zeitgeschichtlichen Zusammenhang eingebettet. Das Repertoire des Chores ist sehr vielseitig und erfordert eine hohe stimmliche Flexibilität. Es umfasst anspruchsvolle A-Capella-Musik von der Renaissance bis zur Gegenwart, Chor-Symphonische Werke, aber auch Gospel, Soul, Pop und Jazz. Regelmäßig arbeitet der Chor mit renommierten Klangkörpern wie dem MDR-Rundfunkchor, dem Dresdner Kammerchor, dem Gewandhauskinderchor, dem Mendelssohn-Orchester Leipzig, Neues Bachisches Kollegium Musikum und anderen zusammen. Genre-übergreifend gestaltete der Chor Konzerte mit namhaften Musikern wie Edda Cameron, Nils Landgren, den Deep Strings oder dem Ensemble Weber III. In jeder Spielzeit gestaltet der Chor den Gewandhaustag, das gemeinsame Weihnachtskonzert der Gewandhauschöre und die großen Konzerte zum Jahreswechsel mit der neuen Sinfonie von Ludwig van Beethoven sowie die großen Konzerte mit. Der Gewandhauschor ist neben verschiedenen CD, DVD und Fernsehproduktionen immer wieder medial präsent. So fand beispielsweise das Projekt Schlachtfeld der Seele mit Bundeswehrsoldaten deutschlandweite Beachtung. Geschichte Der Chor wurde auf Initiative von Gewandhauskapellmeister Karl Rheinecke 1861 gegründet. Damit verfügte das Gewandhaus zum ersten Mal über einen eigenen Chor aus die Letanten zum professionellen Gewandhausorchester. Nachdem zuvor die Leipziger Singakademie, der Pauliner Sängerverein oder der Thomaner Chor für Werke mit Chor eingesetzt worden waren, 1869 Uhr aufführte der Chor ein deutsches Requiem von Johannes Brahms. Unter Karl Straube wurde der Chor 1920 mit dem Leipziger Bachverein zur Chorvereinigung des Gewandhauses fusioniert, was mit einer erheblichen Qualitätssteigerung verbunden war. Der Chor konzertierte unter Dirigenten wie A. Tunikisch, Franz Konvitschny, Günther Ramin oder Erhard Mauersberger als in Tradition der Romantik stehender Massenlein Chor mit zeitweise 250 Mitgliedern. 1980 übernahm der spätere Thomas Kantor Georg Christoph Bela die Leitung. In der Folgezeit kam es zu Umstrukturierungen zur Verbesserung der Qualität. Es entstand der Konzertchor mit ca. 100 Sängern, der um 50 Sänger zum großen Chor erweitert werden konnte, sowie der kleinere Kammerchor und der Jugendchor, der als Nachwuchsansemble des Konzertchores dienen sollte. Diese Aufteilung konnte aber nur zeitweilig beibehalten werden. Nachdem Bela 1991 sein Amt niedergelegt hatte, sang der Chor zunächst unter Gewandhausorganist Michael Schönheit. 1992 wurde der Leiter des Gewandhaus-Ginderchores Eckhard Schreiber als Chordirektor auch Leiter des Gewandhauschores. Schreiber musste jedoch aus gesundheitlichen Gründen 1997 die Chorleitung niederlegen. Nach einer Interimszeit in der unter anderem Christian Fischer von der Leipziger Musikhochschule und Gunter Berger, damaliger Leiter des MDR-Kinderchores, die Leitung übernahmen, wurde 1999 Mortenschult Jensen zum Chordirektor des Gewandhauses ernannt. Damit kam es zu einer bedeutenden Umstrukturierung und Neuorientierung des Chores. Nach einem allgemeinen Vorsingen genügten nur knapp ein Zehntel der über 100 Mitglieder den Ansprüchen. Aus diesem Grundstock wurde der Chor neu aufgebaut. Schult Jensen gründete zusätzlich den Gewandhauskammerchor aus professionellen Sängern, aus dem später das Immortal Bach Ensemble hervorging. Der Gewandhauschor erreichte nun ein professionelles Niveau, das Gregor Mayer, der den Chor seit 2007 leitet, fortsetzt. Heute besteht der Chor aus ca. 50 Laien-Sängern mit umfassender Chor musikalischer Vorbildung, zum Beispiel ehemalige aus Thomaner Chor und Gewandhauskinderchor, Musikstudenten und Berufsmusikern. Proben Es existiert eine Kooperation mit der Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn-Bartoldi, Leipzig, in deren Rahmen Studenten der Chorleitung und Kirchenmusik ihre Prüfung mit dem Chor ablegen. Die Aufnahme in den Chor erfordert eine Aufnahmeprüfung, Gastspiele. Der Gewandhauschor gastiert im In- und Ausland sowie bei Festivals wie dem Bachfest Leipzig, dem Wave-Gothik-Treffen, dem Kunstfest Weimar oder den Stelzenfestspielen bei Reut. 2012 sang das Ensemble auf Einladung des Goethe-Instituts als erster deutscher Chor in Kalkutta und in Bangalore im Rahmen des 60. Jubiläums Diplomatischer Beziehungen zwischen Deutschland und Indien und des 150. Geburtstages von Rabindranath Tagore. Im April 2012 führte der Chor zusammen mit dem Gewandhausorchester und dem MDR Rundfunkchor Mendelssohn's Sinfonie Kantate Lobgesang zum 85. Geburtstag Papst Benedikt XVI. im Vatikan auf. Diskografie